Das Berg Ultim Elite 500 Das Berg Ultim Elite ist nun auch in einer Regular Ausführung lieferbar. Dieses Modell braucht nicht in den Boden eingebaut zu werden. So kann sich nun jeder für unser Spitzenmodell entscheiden. Das Ultim Elite ist mit 5 x 3 Metern unser größtes Trampolin. Die Rechteckform ermöglicht es, auf der gesamten Länge des Trampolins komfortabel zu springen. Außerdem erleichtert die Form die Orientierung auf dem Trampolin, wodurch die Sprünge besser kontrollierbar sind. Das Ultim Elite 500 ist mit einem einzigartigen und patentierten Oberrahmen versehen, der durch seine Ausgestaltung als Hohlträger und sein Format extrem stark ist. Sowohl in der Regular als auch in der Flatground Ausführung. Das Ultim Elite 500 ist natürlich mit Airflow Sprungtuch und Twinspring Federn ausgestattet. Das Airflow Sprungtuch lässt 50% mehr Luft durch, wodurch du höher springen kannst und weniger schnell ermüdest. Dank der schrägen Anordnung der Twinspring Federn können mehr und längere Federn verwendet werden. Dies gewährleistet ein größeres Springvergnügen und einen größeren perfekten Sprungbereich. Das Ultim Elite 500 ist mit einem besonders dicken und breiten Schutzrand 45 x 440 mm ausgestattet. Der Schutzrand ist mit hochwertigem PVC ummantelt, der die Schaumstoffteile glatt und nahtlos umhüllt. Dadurch weist der Schaumstoff im Schutzrand keine Unterbrechungen auf, was einen optimalen Schutz gewährleistet. Die hochwertige Qualität des Schutzrands gewährleistet jahrelangen Schutz gegen UV-Strahlung. Dank des großzügigen Formats des Sprungtuchs und der Kombination mit Airflow und Twinspring ermöglicht dieses Trampolin die höchsten Sprünge. Aus diesem Grund ist das Sicherheitsnetz bei diesem Modell höher als sonst. 2,20 m statt 1,80 m. Das bietet auch geübten Springern genügend Sicherheit. Das Sicherheitsnetz passt sowohl auf die Regular- als auch auf die Flatground-Ausführung dieses Trampolins. Das Ultim Elite 500 ist als Flatground-Modell mit und ohne Sicherheitsnetz sowie in der Regular-Ausführung mit Sicherheitsnetz erhältlich. Das Ultim Elite wird in den Farben Schwarz und Grau angeboten. Das Regular-Modell wird standardmäßig mit Leiter geliefert. Das liegt aber zur nächsten Schwarz-Modell bei uns. Das ist die